Ich will, dass die Gäste und Gästinnen, die hierher kommen, bei mir das Gefühl haben, sie nehmen hier was mit und ich möchte nicht dich jetzt hier rausschicken und so in deiner Rente, dich so irrlichternd durch die Versuchung des Lebens in diesen Souvenirshop der Sünden da draußen schicken, sondern ich will dir etwas mitgeben und Orientierung bieten. Okay, ich dachte der Bildungsauftrag ist nur bei den Öffentlich-Rechtlichen. Nein, das ist schon längst vorbei. Aber scheinbar. Nein, das ist schon längst vorbei. Die kassieren immer nur und tun so. Nein, 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 das ist ja Quatsch. Das ist hier bei ProSieben, das weiß man ja mittlerweile. Und deswegen machen wir gleich Berufsberatung, wenn es okay ist. Dass du jetzt also nicht in die Bredouille kommst und irgendwann da stehst im kurzen Held. Aber jetzt bin ich schon falsch angezogen, oder? Für die Berufsberatung? Ich wusste eigentlich nicht so einen großen Anzug. Nee, wieso? Du nimmst das ernst. Okay, gut. Nein, also ich finde das schon gut. Besser als im Jogger. Okay. Ja, finde ich schon ganz gut. Also so. Und das sind jetzt einfach so klassische Fragen. Ich frage sie dir jetzt und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also, Berufsberatung für Andrea Petkovic. Welche Gehaltsvorstellung haben Sie? Erstmal wichtig. 200.000 bis 400.000 Euro. 200.000 bis 400.000 am Tag. Okay. Bis 400.000 am Tag. Im Prinzip so wie Pietro Lombardi. Habe ich jetzt gehört. Wirklich? Ja, Pietro Lombardi. Doch, der hat jetzt gesagt, in guten Monaten ist es eine Million. Hat er so rausgehauen. Was? In guten Monaten Pietro Lombardi, Senorita, Senorita. Glaubst du, das stimmt? Ja, klar stimmt das. Alles, was Pietro Lombardi sagt, stimmt. Dann unterstreich das bitte nochmal. Also, du nimmst 200 bis 400. Gut. Wie würde ein Kollege oder eine Kollegin Sie beschreiben? Oh, nimmt medizinische Auszeiten aus taktischen Gründen. Und kein guter Teamplayer. Kein guter Teamplayer. Das muss man einfach so sagen. Ja. Ja, also es gibt ja auch Jobs, die man alleine machen kann. Busfahrer oder so. Ja, genau. Aber da habe ich ja andere Leute in meinem Bus. Ja, da hinten irgendwo. Vielleicht kann ich die Leerfahrten machen. Du kannst die Leerfahrten. Du kannst jetzt zurück zum Betriebshof fahren. Wenn die kaputt sind, kannst du immer, du kannst Lime-Juicer werden. Ja. Du kannst diese Elektroroller aufladen. Da ist man sehr alleine. Ja, das stimmt. Die sehe ich immer aus dem Fenster. Ich habe ja noch Muckis. Das heißt, ich kann die hieven und aufladen. Du solltest auf jeden Fall was Körperliches im Straßenbau machen. Ja, das denke ich auch. Ein Moment sagt, guck mal, was kann die noch? Ja, die kann Sachen hochheben. Aber jetzt nimmt nicht das Ergebnis vorweg. Nein, das sind, nein, halt, stopp. Okay. Da kommt ja was raus. Das sind ja Originalfragen. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Das sind richtige Originalfragen aus der Berufsberatung. Welche Eigenschaft können Sie bei ArbeitskollegInnen nicht tolerieren? Die Existenz. Ah ja, okay. Existenz. Wissen das die Kollegen beim Sportstudio? Jetzt ja. Da ist man ja beim ZDF drauf vorbereitet, dass da jemand kommt und irgendwann mal Schluss ist. So, für wie zuverlässig würden Sie sich einschätzen? Sehr zuverlässig. Ja, das bin ich. Ich bin sehr diszipliniert und sehr zuverlässig. Sehr. Solange keine anderen Menschen involviert sind. Ja, okay, das ist gut. Arbeiten Sie gerne im Freien? Ja. Ich würde dann vielleicht bei den Gehaltsvorstellungen auch noch, dass immer so eine Tube Sonnencreme 50 Schutz bitte daneben steht. Ja, okay. Oh, dürfen die ja sowieso nur hinten einsteigen. Vielleicht machst du einfach die Nachtschicht. Nach heute stellt mich sowieso niemand mehr ein. Ich gebe das mal an unseren Computer. Ich habe hier den Computer. Und dann kommt da sofort das Ergebnis praktisch aus dem Computer raus. Ah ja, da habe ich es schon. Gut, das ist jetzt die Auswertung. Du wirst hier Tankwart. Das ist dabei rausgekommen. Tankwart, das ist ein guter Job. Da kenne ich auch Leute. Ich kenne hier einen bei der Aral, der ist super. Okay. Und da würde ich dich einfach hinvermitteln, wenn du möchtest. Okay, gerne. Ist das okay? Das ist super, danke schön. Gut. Freust du dich darüber? Ich freue mich total. Ich mag es zu arbeiten. Ich arbeite gerne hart. Tankstelle, super. Guter Geruch. Super. Umweltfreundlich. Umweltfreundlich. Das ist die Zukunft. Du musst die aber auskennen mit Schinken-Käse-Croissants, ne? Mittlerweile. Es ist nicht nur die Frontscheibe wischend, sondern man muss auch sagen, hier ist der Yogo-Yogo-Drink, hier ist eine Beefy-Roll und so weiter. Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie noch einen Kaffee dazu, wird man immer jetzt gefragt an der Tankstelle. Möchten Sie auch noch einen Kaffee? Moment, ich habe getankt. Warum soll ich noch einen Kaffee zum Tanken? Das ist ja Quatsch. Andrea, wir haben gerade das schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich möchte wirklich, so ähnlich wie ich das hier gemacht habe, auch hier zur Seite stehen bei dem, was jetzt auf dich zukommt. Also was jetzt auf jeden Fall passieren würde, das ist kein Witz. Okay. Die Leute wissen jetzt, du hast jetzt Zeit und du bist prominent, ob du das nun verneinst oder nicht, es ist so. Und jetzt werden die dich zuschütten mit Anfragen aus dem Fernsehen. Du moderierst ja schon beim ZDF, das ist auch alles gut, das will ich dir auch nicht ausreden. Okay. Aber du musst jetzt richtig aufpassen. Okay. Du musst jetzt richtig aufpassen, die kommen jetzt aus allen Löchern und wollen, dass du in prominenten Shows mitmachst. Du, also jetzt, davon rede ich gar nicht, von tollen Sachen wie Guido Maria Kretschmer mit Promi Shopping Queen oder das perfekte Promi-Dinner. Na, das sind fast noch die Premium-Produkte. Okay, okay. Sondern jetzt kommen die mit Let's Dance. Dann sollst du da mit Massimo Sinato da irgendeine Sohle aufs Paket legen. Und so. Dann kommen die von RTL 2. Die machen jetzt nämlich so eine Inline-Skate-Show. Das ist Let's Dance mit Rollen. Okay. Du musst jetzt aufpassen wie ein Schießhund. Du musst das alles absagen. Okay. Ja. Bitte versprichst du mir das? Ich verspreche dir das, aber was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Ja, dann wirst du halt ein Schrott-Promi und das war's dann. Dann dauert es noch zwei Jahre, dann hast du acht Autohäuser und auf Wiedersehen. Okay. Wir wissen, wo die Reise hingeht. Ja. Dann hast du immer so Fliegenklatschen hier oben dran. Ja, keine Sorge, sowas mache ich nicht. Nein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Du musst das Geld schon wirklich sehen. Aber mit dem Tankstellen-Job komme ich ja über die Runden. Du musst mir einfach versprechen, dass du da nicht reingerätst in diese Kreise jetzt. Okay, hochversprochen. Okay, sehr gut. Dankeschön. Wir haben so viele Menschen daran verloren. Und nur bei einer Sache, da wärst du ein bisschen hellhörig, finde ich, wenn wir jetzt anfangen, weil du hast ja gesagt, du bist stark. Es gibt eine Sendung, die heißt Duell um die Welt. Aha. Und da wäre es schon gut, wenn du zusagst. So. Also, wir fragen noch mal. Ich hab nur eine Frage. Das ist cool. Premiumprodukt? Premiumprodukt? Nein, das ist Premiumprodukt. Das ist cool. Das macht einen besser. Das ist richtig cool. Und das ist gar nicht dieser Schrott, was ich gesagt habe. Nein, nein, nein. Das ist so cool. Das ist richtig cool. Das muss man machen. Und da finden wir auch alle anderen cool. Ich hab das schon mal ein bisschen vorbereitet, weil es gibt verschiedene Sachen, die man da so machen kann. Da müssen ja Prominente praktisch für Joko und mich Sachen erledigen. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, wohin es dich vielleicht bringt, habe ich schon mal verschiedene Kategorien. Dass du schon mal sich so, also wärst du dieser Typ zum Beispiel hier, das hat Charlotte Roach mal vorgemacht, Haken im Rücken und dann Bungee. Ja, hör mal auf. Wäre das was? Nein. Nein. Haken im Rücken. Ja, genau. Warum muss das? Kann man nicht einfach Bungee-Jumping machen? Nein. Sondern das ist ja beim Duell um die Welt. Das haben wir alles schon gemacht. Okay. Also es muss nur gesteigert werden. Genau. Und im Prinzip hatten wir das ja jetzt auch schon. Das wäre jetzt praktisch nur die Grundlage. Okay. Da muss man überlegen, wie man es noch steigern kann. Ja, genau. Vielleicht nur noch einhaken. Ja. Oder an den Ohrringen oder so. Ja, genau. So, also das wäre jetzt die eine. An den Ohren so, ja. Oder irgendwas, was kurios ist. Ja. Im Bereich kurios, da habe ich gute Kontakte zu jemandem aus Japan. Was hältst du von der Idee? Das ist Kochsalzlösung, die kann man da einfach reinpumpen und dann drückt man so rein und hat man so einen Donut in der Stirn. Das ist witzig. Also ich kenne ein paar Prominente, die sehen momentan so aus. Ja. Von daher, wenn man es nur ein bisschen danach so runterpushen kann, dann habe ich vielleicht eine schöne Liftung. in meinem Gesicht. Das stimmt, ja. Stimmt, ein paar sehen so aus. Ja, Axel Schulz damals, als er gegen François Botha verloren hat. Okay. Und dann gibt es noch das hier, im Original hat das Yoko gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das so liegt. Den Mund zunehmen. Aber das ist super. Da zahlt meine Familie persönlich für. Das könnt ihr sparen. Das Geld könnt ihr euch sparen. Das zahlt meine Familie. Das machen die selber. Okay, dann das jetzt einfach filmt. Die machen eine GoFundMe-Page und so. Kickstarter. Sehr gut. So, dann haben wir noch das hier. Oben auf so einer Gondel sein. Osule Mio singen auf so einer Schrottgondel in China. Das mache ich, ja. Machst du auch? Sehr gut, wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir direkt ein paar Sachen. Dann haben wir das für die nächsten Jahre. Bis es auch los. Oh Gott. So, und dann noch hier an so Ballons hängen und die selber runterschießen. Das mache ich auch. Das machst du auch. Also alle so Sachen, wo man nach oben fliegen kann und möglichst nie wieder zurückkommt, da bin ich dabei. Sehr gut. So viel grüne Haken hatten wir in so kurzer Zeit selten bei Forschlägen bis zu einem die Welt. Wir freuen uns doch. Gondel, Gondel, Gondel!